Unsere Beziehung hat falsch angefangen. Es war eine Fehlstadt. Das war vor 26 Jahren. Was wollen Sie? Ich bin schon so lange hier. Wie die Zeit vergeht. Ich habe keine Zeit für Sentimentalität in der Amerikanen. Wir vergeben Ihnen. Und würden uns freuen, wenn Sie im Gegenzug das mit dem Test nicht so ernst nehmen. Okay. Sie geben also zu, dass Ihre Bräute kein Deutsch können? Doch, Sie können. Haben aber wieder alles vergessen. Die deutsche Sprache ist schwer. Meine Tochter versucht es Ihnen beizubringen. Sie sind schließlich Frauen. Sie können eben nicht so gut und schnell wie wir Männer. Unser Krieg ist erst vorbei, wenn Ihre Kopftuchreisches mein Land verlassen haben. Der Kölner liegt der großen Standar mit damit. Wir kommen die Räufigin an. Ich gebe das an. Seine Frau sieht aus. Der Kölner liegt zu einem großen Ort und zu einem Haus환. Und zwar der Kölner liegt. Der Kölner liegt bestehen. Was ist das? Der Kölner liegt. Der Kölner liegtuce und die Kölner liegt auch bei der Kölner. Der Kölner liegt über die Kölner. Die Kölner liegt das also. Der Kölner ist heute für jeden Kölner ist heute. Vielen Dank.